Uhu! Such den Schatz! Such den Schatz! Such den Schatz! Also ich glaube, dass das hier einen Kobold darstellen soll. Und das hier ist so eine Art Gorilla und das hier ist wahrscheinlich die blöde Waldhexe. Glaube ich auch. Ich glaube, das hier ist der Schatz, wo wir hin müssen. Ja, glaube ich auch. Oder lass uns mal die Karte umdrehen. Dann würde es E-Trak-T-A-H-T-S. Okay, ich kann sie selbst nicht sehen. Dann gehen wir so entlang, treffen zuerst die Hexe. Hier treffen wir dann bestimmt den Kobold. Und dann den blöden Gorilla, der wahrscheinlich den Schatz bewacht. Wahrscheinlich. Wir sind hier, ne? Ich glaube, wir müssen da lang. So, dann lass uns mal uns auf die Suche machen, oder? Ja. Wo kommt ihr denn, der Herr des Wegs? Wo wollt ihr hin? Was kann ich tun? Sie wollen einen Schatz finden. Hier gibt es eine Karte. Sie beweist euch den Weg. Der Weg ist weit, der Weg ist lang. Und mein Kind kann zeigen, zu mir, nimm es mit, durch den Weg zu nehmen. Hier entlang. Danke. Danke. Komm mit, ich zeig euch den Weg. Bitte, helf mir den Kobold zu beprallen. Ja, das können wir. Komm, wir regeln das. Ja, das können wir. Komm, wir regeln das. Ja, das ist locker. Wie bis hierher habt ihr es geschafft, nun müsst ihr euch entscheiden. Nehmt ihr den Weg zu meiner Linken, so werdet ihr versinken. Nehmt ihr den Weg zu meiner Rechte und schaut nach Verstand an. Entscheidet euch! Wir nehmen den rechten Rechten. Dann nehmen wir zu dem Weg und ihr werdet ein Rechte finden. Und danach den Schatten. Wir suchen nach diesem Schatz hier. Hahaha! Dann müsst ihr erst mein Rätsel lösen. Was ist größer als Gott? Und was ist böser wie der Teufel? Die Armen haben es. Und die Reichen brauchen es. Und wenn du es isst, dann stirbst du. Was ist das? Haha, ich werde das nie erraten. Den letzten, den ich getroffen habe, den habe ich in die Flucht gejagt. Hahaha! Ich glaube ich weiß es. Was denn? Nichts ist es. Dafür kriegt er hier diesen Schatz. Es ist eine Gabel. Hahaha! Reingefallen! Und nicht kitzeln! Nicht kitzeln! Wo ist der richtige Schatz-Gorilla? Sag es uns! Der richtige Schatz! Ich hab dich! Jetzt werfe ich dich auf den Boden! Feier! Ab auf den Boden mit dir! Auf den Boden! Auf den Boden mit dir! Werfe nach hinten! MBA Was brauchen die Reichen? Ne, umgekehrt. Was brauchen die Arme? Was brauchen die Arme? Und was haben die Reichen? Und wenn man es isst? Das Rätsel war jetzt voll falsch. Das macht doch nichts. Das nehme ich aus dem anderen Schnitt. So, jetzt machen wir weiter hier an der Stelle. Also, was ist das? Das ist ja nur eine Gabel. Nur eine Gabel? Ich hab dich!